...geschrieben, dass eben was Falsches auch richtig sein kann, wie in der Typografie. Und deswegen ergießt sich hier so ein Typoteppich über den ganzen kleinen Schlossplatz mitten in Stuttgart. Oder hier, das ist der Edelherrn aus Stadterholis. Das kennt man nicht mehr, die Gebrüder Holis, denn er hat Hugo Boss gehört. Die hatten dann so eine Einzelhandelskette, ein Ladender von Königstraße in Stuttgart. Die haben uns dann eine Woche lang das Scharfinster gegeben. Und wir haben quasi die Auslage verborgen teilweise mit einem Satz, dass eben die Wahl der Kleidung genauso viel aussagt wie die Wahl der Schriften. Das war ein Möbelhändler, der hat sich auf drei Firmen, wie sagt man, zurückgezogen, minimiert, kapriziert, wie auch immer. USM Haller, Vitra und Knoll International. Und wir möblieren diesen Platz mit Typografie und sagen, eine Handvoll guter Schriften reicht. Das sind ein paar Buchstaben, Displaybuchstaben, das gibt es heute wahrscheinlich sicher nicht mehr, kostete 25 Cent einer. Da haben wir nachts dann, ist ja jetzt verjährt, kann man ja erzählen, mit dem Schraubenzieher da diesen Speis da aus diesen Gehwegplatten gekratzt und die Buchstaben da reingestellt. Und das war in der Nähe von der Disco. Wir waren dann so, hat länger gedauert, wie wir es gedacht haben. Und waren erst 5 Uhr morgend, grau und fertig. Da kamen dann die ersten Stone aus der Disco raus, sind unsere Buchstaben getorgelt und haben dann das gesehen und haben sich dann so ganz vorsichtig da zur Seite bewegt. Das war nochmal Designer Saturday, da war gerade Wahl. Und zu der Zeit hatte ich ein kleines Kind im Kinderwagen, bin mit dem durch die Fußgängerzone gefahren und wollte da immer Luftballon. Jetzt kannst du mal einjährig oder weiß nicht wie alt, wie viele Monate nicht erklären, dass jetzt der Rote scheiße ist, der Grüne irgendwie auch nicht okay und der Schwarze irgendwie nimmst alle, hast keine Diskussion. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine gründende Partei für Typografie und blasen Luftballons auf in der Fußgängerzone mit so einem weißen Schirm und dann diese Flaschen, das ging ganz schnell. Wir haben dann sieben typografische Begriffe uns rausgesucht, die dann auch erläutert mit einem kleinen Heftchen, was dabei war. Dieses Heftchen hing an einem Bändel an dem Luftballon unten dran und wir hatten einen Fotografen gebucht, der das fotografieren sollte. Der kam nach einer halben Stunde zurück und gesagt, hey, Herr Übele, die Stadt sieht super aus, alles weiß. Die ganze Stadt, Stuttgart, die Innenstadt, war voll mit weißen Luftballons. Die Leute haben es kapiert, es war nicht kommerziell, das war was von Interesse. Dann kamen so alte Sitzer mit Tränen in den Augen. Ach, dass sie das nochmal erleben können, das ist so schön. Und ich war gerade an dieser Gasflasche mit Hurenkind. Und dann kam eine türkische Frau, die wollte dann einen Luftballon. Und dann habe ich gesagt, ob sie wüsste, was Hurenkind ist. Und dann habe ich gesagt, ja, 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 hat jetzt nicht verstanden. Dann habe ich den der Gepper und hat sie gefragt, ob es was kostet. Und dann hat sie gesagt, nein, es ist alles umsonst. Ich habe gesagt, ob sie noch sieben andere haben können, sieben Kinder. Da habe ich gesagt, klar. Die kam mit siebenmal Hurenkind nach Hause. Nochmal ein Projekt in München, das ist in der Brennerstraße. Hauptverwaltung von E.ON Energie AG. E.ON stellt Strom her. Die haben Angst vor terroristischen Anschlägen. Deswegen durften wir kein Orientierungssystem machen, weil sonst könnte sich einer mit einer Kalaschnikow anhand meiner Schilder bis zum Vorstand durchschießen. Da haben wir gesagt, okay, das ist uns zu wenig, zu unsportlich. Was machen wir? Ja, machen wir irgendwie Grafik auf. Und was machen wir? Was fühlt uns an? Ist uns nichts eingefallen? Wir haben zwei Tage gebraucht, bis wir draufgekommen sind, dass Fliesen, also Strom aus der Steckdose und der Strom, Isar, dass es da eine ötymologische Doppelbedeutung gibt. Und deswegen gibt es jetzt fünf Ströme, die durchs Haus fließen. Die werden nicht benannt, sondern die werden sichtbar durch Landschaftsbeschreibungen, Ortsnamen, die eben an dem Strom liegen. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten, warum ich so traurig bin. Da weiß man, das ist Heine, Stilorelei, das muss der Rhein sein. Und ich arbeite bei irgendeinem Ort an der Isar, Mark Heidenfeld zum Beispiel. Und so stärkt es die interne Kommunikation. Da ist Mark Heidenfeld, war schlecht getimt, okay. Sie sehen diese Farbstreifen, das sind hochtransparente Siebdrucke auf hochtransparente Folien, weil jeder Fluss hat auch eine andere Farbe. Und deswegen tausendmal Corporate Design, tausendmal Corporate Architecture und dann haben wir gesagt, okay, wir geben dem Arbeitsplatz die persönliche Note, die Individualität zurück. Jetzt gibt es quasi tausend unterschiedliche Farbkombinationen. Es wandern farbige Flächen, Flecken durch die bunte, durch die weiße Architektur. Ich jogge immer so in Stuttgart am Bärensee, das ist so ein kleiner Naherholungsgebiet, quasi mitten in der Stadt. Und beim Joggen während des Projekts habe ich gesehen, dass diese Wasseroberflächen so geometrische Formen haben, wie fraktale Geometrie. Und dann haben wir die nachgezeichnet. Und diese Kilometer innen liegenden Bürot, da war es gerade Regensturm, Wände sind jetzt, man kann Multitasking machen, aber nicht Multitasking beim Reden. Also ich kann jetzt zwei Sachen gleichzeitig erklären. Diese Wände sind jetzt quasi überzogen mit so einer ganz dünnen Linie aus Spiegelfolie. So, das ist die Fachhochschule Osnabrück. Das war ein ganz einfaches Projekt. Da links unten, da geht man rein, dahinter geht man wieder raus. Also super easy von der Orientierung her. Dazwischen sind Hörsäle, braucht eigentlich kein Orientierungssystem. Der Architekt hat aber gesagt, hier Übele, da hast du eine kleine Wand, da kannst du da Schrift hin machen. Da war er an den richtigen Geraden. Und dann haben wir uns überlegt, das machen wir natürlich ganz sicher nicht. Wir haben es schon auf dem Boden gemacht, wir haben es Wände langweilig, wo, was gibt es noch nicht? Decke. Also machen wir es an die Decke. Und dann haben wir es in Decke gemacht. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir mussten es natürlich bemustern, vor Ort auf der Baustelle, da hatte ich auch ein bisschen Muffe davor. Wir haben es zuerst an die Bürodecke gemacht. Wir haben so einen Hinterhof, eine kleine Werkstatt, also auch Raumhöhe 3, 5, 6 Meter, je nachdem. Und das Interessante ist, man hat ja so einen Gesichtskegel, so ein Feld, also vorne ist dieser Kegel ganz klein, hinten ganz groß. Also wenn ich es so sehe, kann ich die High Heels angucken und trotzdem dahinter noch das Schlüsselloch von diesem Kasten, der da hängt. Und deswegen, man sieht, nimmt eigentlich ganz viel wahr und wir wiederholen eben diese Information, wo wir uns getäuscht hatten. Ich dachte, die Leserichtung, da muss man drauf Rücksicht nehmen, sieht man aber hier, es geht auch so. So, das war das. Dann gab es noch ein kleines Projekt in Stuttgart, Landesbank Baden-Württemberg. Da, die haben Hochhaus gebaut, 19 Mal die gleiche Situation. Sie kommen auf dem Fahrstuhl raus, der Fahrstuhl geht hinter den Zünder und sagen, Scheiße, der Aufzug ist weg. Das ist nämlich die falsche Ebene, Sie haben es nicht blickt. Deswegen blickt man nicht, kann man ja auch nicht blicken, weil alles gleich aussieht. Deswegen hat die Bank uns gebeten, da Ebene 17 immer hinzuschreiben. Dem Wunsch sind wir gerne nachgekommen. Aber der Mensch kann ja Bilder schneller erfassen wie Schrift. Und deswegen haben wir da so typografische Bilder gemacht. Aus Schrift, das ist der Schwadensee. Normalerweise finde ich ja die Futura eine echt schreckliche Schrift. Aber hier ist ganz gut, jetzt so gerade Abschnitte, da kann man die ganz gut zusammenschweißen. So, das ist ein schwieriges Projekt. Das ist ein Großklinikum in Offenbach. Kommt ihr noch aus Offenbach? Aus Frankfurt habe ich beim Essen mit einer. Offenbach ist so der B-Ort, der B-Ort von Frankfurt. Also die niedergelegten, tiefer gelegten, die tiefer gelegten Autos kommen aus Offenbach. Unser Briefing sah auch vor, dass wir darauf Rücksicht nehmen, dass Offenbach, einen sehr hohen Grad an Alphabeten hat. Das ist echt wahr. Da gibt es überhaupt nichts drüber zu lachen. Entschuldigung, ich muss kurz mal, das ist blöd mit so einem Mikro. Und ja, und 90 Ziele. Am Schluss waren es 140 Ziele. Und da ist irgendwann ein Orientierungssystem am Ende. Da kann ich echt nichts mehr machen. Und dann haben wir gesagt, okay, Entschuldigung, ich muss nochmal zurück. Und so ist der Erdgeschossgrund. Das heißt, du laufst dann mit deinem Beutel da, wo irgend so was raustropft, durch die Gänge, fährst einen Stock weit, dann musst du zur nächsten Untersuchung. Du musst also dann irgendwann mal von da nach da, es sieht alles gleich aus, kein Tageslicht. Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich das Problem, die Architektur. Und deswegen gibt es jetzt hier, das sind diese Stationen, wo man sich dann anmeldet. die müssen wir wie so ein Bienenkorb, so weit, dass man sein Loch findet da. Und die müssen wir stimmen, eine andere Atmosphäre da machen. Deswegen sehen die Räume jetzt alle anders aus. Die haben alle ein anderes Muster und alle eine andere Farbe. Die Tapeten haben wir hergestellt, sind alle B1, nach diesen erhöhten Brandbestimmungen und Hygienebestimmungen. Natürlich, klar, und die Tresen sind laminiert und so funktioniert das dann einigermaßen. Das ist so ein Muster, auf dem kann man dann verschiedene, viele, 244 mögliche Muster generieren, die unterschiedlich sind. Und es gibt diesen Laufzettel, da mache ich ein Kreuzchen. Wenn ich das nicht lese und schreibe kann, finde ich das trotzdem, kann ich sehen, aha, da ist mein Ziel mit dem Pfeil. Und funktioniert natürlich sogar, das ist dann unser Produkt, das ist dann mit den Lamellen. Das ist jetzt nichts Neues, außer dass unseres eben keinen komisch hässlichen, abschließenden Rand hat. Und wir machen dann auch noch Tierschilder dazu mit einem magnetischen Verschluss, damit wir unser Projekt endlich mal schöne Tierschilder haben. So, das war ein Wettbewerb in Salzburg für Autohaus Papas. Und wann habe ich eigentlich angefangen? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Wie viel habe ich denn noch? Sieben Minuten noch? Okay. Dann muss ich mir das anders reinteilen. Okay. Das ist eine befahrbare Skulptur, dieses Haus. Man kann mit dem Auto durchfahren. Das war ein Wettbewerb. Und ich dachte, das ist blöd, wenn man das macht mit diesen Leitplanken. weil wenn man da rückwärts dagegen fährt, dann sieht man die ja nicht, weil die da im toten Winkel liegen. Das war das einzige Problem bei dieser Sache. Und dann hat der Besitzer, der Herr Papas, der 40-jährige Junggeselle, gut aussehend, mit einer Yacht in Triest, Triest gesagt, ist doch grad gut, dann müssen die ihr Auto bei uns reparieren. Wir müssten die Schrift natürlich vor denen zerren, weil durch diese S-Kurve ist die natürlich gequetscht worden. Sieben Minuten, das packen wir. So, das ist Adidas, war ein Wettbewerb, internationaler Wettbewerb. Und wir haben uns überlegt, Adidas, super, toll, aber die verschiedenen Sportarten, wie kommunizierst du das und wie visualisierst du das? Da machst du so ganz kranke Gedanken. Eigentlich ist es ganz einfach. Das grundlegende Wesen von sowas ist die Bewegung. Und deswegen bewegt sich die Schrift und die Piktogramme. Deswegen gibt es ein Gespinst von Schriften und Namen, Produktnamen auf den Geländern. Die Schrift ist integriert in diesen Röhrenverkleidungen und in dieser Infopoint ist ein dreidimensionales Relief. Die Schrift wird lebendig, ist in Bewegung geraten und in die ganzen unterschiedlichen Bauteile integriert. All in ist der Mitarbeitereingang, das ist dann eher der Slogan. Hier wird diese Grafik eher abstrakt, sodass ich nicht jeden Tag da penetriert werde mit einem eheren Werbespruch. Und es gibt 27 Launches, solche Besprechungen, Meetingräume. Und auf diese Wände sind dreidimensionale Reliefs mit Produktnamen. Das war unsere Idee. Damit haben wir sie eigentlich auch gewonnen. Und diese Produktnamen, das sieht man hier nochmal, identifizieren jetzt diese 27 unterschiedliche Räume. Und die sind dann auf diesen Brüstungen drauf, sodass ich dann auch schon in dem Foyer mich orientieren kann. Farben ist blau, gelb, rot, schwarz, grün. Ist ganz einfach. Das sind die Haha-Farben. Ich darf es nicht sagen, weil das Olympische Komitee würde uns mit einer hohen Klage überziehen, wenn wir sagen, dass es die Haha-Farben sind. Der Handtuchspender ist gelb, die Decke ist gelb, der Boden ist gelb und diese Küchenzeile ist gelb. Also es ist wirklich, die ganzen Teeküchen sind komplett in dieser Farbe. Im Untergeschoss wird dieses Relief dann zum Farbrelief, da wird es dann nicht mehr ausformuliert. Hier ist dieser Time Out, dieses Restaurant und das ist der Meeting-Bereich. Da ist dann mit Klavierlack eine ganze Wand in diesem Relief überzogen. Das ist eine lange Geschichte, ich könnte super viel erzählen. Auflaufschutz, also einfach, dass man nicht dagegen läuft. Schreibt die Bayerische Unfallverhütungsgemeinde einen Unfallverhütungsschutz vor, dass es so ein Streifen ist. Kennt man ja solche Streiflichen, ein Meter Aughöhe, 1,65, völlig krank, stimmt überhaupt nicht. Auf der Höhe soll man das machen. Aber da muss man echt sagen, Adidas war ein super Kunde. Freitagnachmittag angerufen, es war alles schon durch, es ging nichts mehr. Unsere Idee wurde abgelehnt von diesem Beamten-Heini. Und dann habe ich den Herrn Krebs angerufen, mit dem wir noch zu tun haben. Er hat gesagt, Mensch Herr Krebs, ich war gerade auf der Baustelle, es sieht so toll aus, diese Streifen. Wir hatten das schon bemustert. Freitagabend um vier. Er sagt, ich weiß, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe schon mit dem Vorstand, deswegen er gesprochen, es ist aus. Der hat Nein gesagt, aus, Ende. Die Projektleiter und die Frau Himmel, wir haben den eine halbe Stunde lang weichgekocht, da sind wir Weltmeister drin, in jemandem das Ohrlepple abschwätzen. Dann haben wir gesagt, okay, eine halbe Stunde hat er wieder angerufen, er ist nochmal zum Vorstand gegangen, eine halbe Stunde später hat er gesagt, okay. Das ist Adidas, muss man echt sagen, super. Deswegen gibt es jetzt 37 unterschiedliche Auflaufschütze. Dazu, da tut er Beckham sich umziehen, wenn er Body gescannt wird, er kriegt für jedes Fußballspiel neue Schuhe. Jetzt brauche ich nur drei Minuten, dann bin ich gerade so in Zeit, okay. Okay, super. Das letzte Projekt nämlich. So, dieses kleine, mini, 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 kleine Projekt ist eine ganz komische Geschichte und zwar, das ist die Cafeteria der Tübingen, Mensa-Tübingen-Morgenstelle. Das ist ein Bau aus den 60er-Jahren, die war saniert, die war fertig und sah, naja, hat so 60er-Jahre-mäßig aus, aber nicht cool, sondern kühl. Und dann hat das Studentenwerk und der Bauherr, das Hochbauamt, bei uns anguckt und gesagt, okay, könnt ihr da irgendwie so ein bisschen Atmosphäre machen? Und gesagt, klar, da sind wir Weltmeister drin, das machen wir sofort. Und das war ganz schnell, wenn Brauns ist, dann haben sie gesagt, ja, in fünf Wochen. Dann haben wir gesagt, oh, das ist aber echt schnell, fünf Wochen. Da war Oettinger noch Bundes, ah, nein, wie heißt das, Minister, irgend so, wie heißen der, die Landesminister? Ministerpräsident, danke. Und der war schon gebucht, es war alles fertig, okay. Und es war Hochsommer und ich wollte gerade in Urlaub fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, da fällt mir jetzt nichts ein, aber was ich schon immer mal machen wollte, große leuchtenden Buchstaben in der Decke, jawohl, super. Dann sind wir da hingefahren und haben gesagt, wir machen große leuchtenden Buchstaben in der Decke, haben sie gesagt, das ist ja super, aber ein bisschen konzeptionell wäre nicht schlecht. Und haben gesagt, ja, Konzeption ist immer ganz gut, wir überlegen uns was, sind wir wieder nach Hause gefahren? Aber dann dachte, okay, ganz schnell eine Konzeption, fällt uns aber echt nichts ein. Was soll denn an der Decke stehen? Cafeteria, hat irgendwas mit Essen zu tun? Cezanne, irgendwie, äpfelbirne ist gut, äpfelbirne ist gut. Also dann machen wir, pixelen wir so ein Cezanne-Bild auf, tolle neue Idee, große und kleine Pixel, da haben wir schon mal eine Wand irgendwo in Ordnung gehabt, aber was steht oben an der Decke? Tischdecke ging irgendwie nicht. So haben wir es präsentiert, wir hatten noch keine Idee, das musste ja irgendwie nach drei Tage, mussten wir dann den ersten Entwurf präsentieren. Beim zweiten Mal hinfahren, da war ich dann schon auf der Autostrada in Italien und die Projektleiterin, die Frau Klein, da habe ich meinen Koffer packt, genau so war. Dann ruft sie mich zu Hause und sagt, Herr Übel, heute Abend Termin, Tübingen, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe gesagt, ich sage Ihnen was, ich bin Hölderlin-Fan, schnell guckt, weil Hölderlin hat er seine letzten Lebensjahre in Tübingen verbracht, habe ich schnell so ein Gedicht draus gesucht, paar fünf Worte, die passen, habe es dann am Telefon durchgegeben und gesagt, sagen Sie es der, das ist irgendwie okay, das ist nicht der Hit. Wenn die nichts sagen, machen wir es und wenn die was sagen, sofort sagen, ja, ja, wir finden es auch noch nicht gut, okay. Also ich war dann auf der Autobahn, die ruft dann und sagt, Herr Übel, die fand es nicht so gut mit dem Hölderlin, da sage ich jetzt, scheiße, ich weiß jetzt aber auch nichts mehr und wir müssen es übermorgen oder überübermorgen ausschreiben, vergeben und da, okay, wir haben noch vier Tage Zeit, das ist gut, ich zündete meine Wunderwaffe, ich kenne einen Philosophen, ich kenne nämlich gar nicht, ich kenne seine Frau sehr gut, aber ihn gar nicht. Der ist Philosoph, Hannes Böhringer in Berlin und dann habe ich die Eva-Maria angerufen auf dem Handyauto und dann habe ich gesagt, du Eva, wird ein Mann so was machen? Ich sage, wir fragen selber, der war da, ich sage, grüß Gott, Herr Böhringer, ich brauche von Ihnen fünf Worte innerhalb von zwei Tagen, Sie kriegen pro Wart 200 Euro, 1000 Euro, ist ein Wort, oder? Sagt er, ja, okay, mache ich. Also, der hat innerhalb zwei Tage, ich habe gerade Badehose aufgehängt, so am Pool, ruft wieder die Frau Kleinern etwas irritiert und sagt, sagen Sie mal, Übel, kennen Sie den Herrn Böhringer besser, sage ich, nee, ich kenne den gar nicht, aber seine Frau kenne ich seit 30 Jahren und der hat eine Professur in der Philosophie, das ist ein solches Mal, ja, warum? Ja, das E-Mail war so komisch. Sagt er, ja, warum? Stand er nicht drinnen, sehr geehrte Frau Klein und mit freundlichen Grüßen an das Böhringer und sagte, doch, aber der Text war komisch. Ich sage, ja, was hat er denn geschrieben? Ja, nur fünf Worte. Hin und wieder, aber dennoch. Sagt er, ja, das ist komisch, hat er nichts dazu geschrieben? Nö. Sagt er, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ja, rufen Sie ihn halt schnell an und fragen Sie ihn, was er da zu meint oder wie er das vorstellt oder was da der Sinn dahinter ist. Rufst du drei Minuten später wieder und sagt, Herr Böhringer ist im Urlaub, hat aber kein Handy und kein E-Mail und gar nichts dabei. Und ich muss jetzt in 20 Minuten losfahren, dass ich pünktlich in Tübingen bin und sage, ja, okay, ich sage Ihnen was dazu, irgendeine Konzeption brauchen wir jetzt da, damit wir diese komischen fünf Worte, scheiße, heilend, sag, hin und wieder, aber dennoch, das ist schon komisch. Boah, fällt mir nichts ein. Okay, Studenten, die sind alle in der Postadoleszenzphase, hin und wieder sollte ich studieren, aber dennoch gehe ich lieber auf eine Party, so kannst du auch umdrehen. Das hat die denen erklärt und dann fanden die das alle irgendwie ganz gut und dann haben wir es so gemacht, noch eine Lichtinstallation mit LED und so, alles wunderbar. Eine Woche später war montiert, ausgeführt. Ich bin auf dem Vaporetto, die Frau Kleinrufen, sieht alles toll aus, fertig, jeder ist begeistert und dann habe ich gesagt, gut, dann rufe ich jetzt den Böhringer an und dann rufe ich den an und sage, ja, Herr Böhringer, sagen Sie mal, es ist alles fertig, aber mit der Geschichte haben Sie mich ein bisschen Schwierigkeiten, aber dann habe ich dem meine Geschichte erzählt und dann lacht und gesagt, ja, das ist gut, er hat nur den Klang der Worte gut gefunden. Danke. Tschüss. Was ich schon immer wieder wirklich beeindruckend finde, ist, wie locker man darüber erzählen kann, dass man verdammt viel Arbeit sich gemacht hat. Gratulation dafür. Danke. Ist denn Fragen? Fragen? Was mich interessieren würde, sind Zeiträume, in denen solche Sachen entstehen, zum Beispiel dieses Klinikumsprojekt, weil das ja doch sicherlich, ja, oder sagen wir mal, oder auch Messe Innsbruck oder so, das sind ja, können Sie einfach was sagen über die Zeiträume, in denen man sich sowas vorstellt? Das hängt immer ein bisschen an der Komplexität und auch an der Bausumme von so einem Projekt ab, das Klinikum in Offenbach hat 150 Millionen, das dauert dann so anderthalb Jahre bis zwei Jahre, das war sehr kompliziert. Messe Innsbruck war im Prinzip einfach, das war auf ein Jahr angesetzt und danach in einem Jahr durchzog eine Messe Stuttgart zum Beispiel, eine Milliarde Bausumme, wir waren von Anfang an mit dabei, hat dann schlussendlich fünf Jahre gebraucht. Vier und halb Minuten der Vorstellung wirklich extrem dicht. Ja, genau, ja, das ist ja immer wichtig, dass man, also ich bin ja eigentlich kein, ich bin ja Autodidakt, ich war beim, hab eigentlich mal, nicht eigentlich, sondern ich hab Alltektur studiert, ich war beim Benisch im Büro und der Benisch hat immer gesagt, der schöne Schein ist das Wichtige, aber man muss ja nicht sehen, dass es Schweiß gekostet hat. Und du wolltest was sagen, oder? Achso, Entschuldigung. Darf ich? Okay. Wie machen Sie denn das zeitlich, wenn Sie in Düsseldorf sind und aber Ihr Büro in Stuttgart haben? Also, weil die Projekte ja ziemlich groß sind, wie kriegen Sie das unter einen Hut? Ja, also, unser Büro ist ja nicht so groß. Wir sind zehn Leute und das sind aber alles Mitarbeiter, die jetzt schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre dabei sind und die haben eine hohe Eigenverantwortlichkeit. Die sind alle Projektleiter, die reden auch alle mit dem Chef, also das gibt es bei mir nicht, wie in anderen Agenten, wir haben keine Hierarchie. Der Projektleiter und sei es ein Praktikant, redet zur Not auch mit dem Vorstandsvorsitzenden oder mit dem Vorstand oder mit dem Auftraggeber, mit dem Inhaber, das wissen die auch und ich bin bei jeder Besprechung dabei. Und wir haben ja jetzt nicht so Daily Work, so zack, 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 so schnell raus, so Sachen haben wir ja relativ wenig im Büro, haben wir auch, aber da gibt es dann PDF abends irgendwie nochmal kurz und ja, so läuft es, also das ist nicht, muss gut organisiert sein. Ja, ich weiß, dass es Studien gibt zur Lesbarkeit von verschiedenen Schriften, testet ihr eure Entwürfe? Also dass man mal, wenn ihr sagt, ihr hängt die dann im Büro auf, ist klar für euch, aber gibt es auch so Vergleichstests, A-B-Testing, gibt es im Web, dass man sagt, zwei Alternativen gegeneinander und so. Ganz, ganz schwieriges Thema, also das meiste, was alles über Typografie erzählt wird, über LK, das ist der letzte Mist, das ist wirklich nur Schrott, nee, es ist wirklich so, das ist, also ich glaube ja eh nie irgendwas, ich glaube immer erst nur dann was, wenn ich das selber überprüft habe und wenn ich das selber sehe und alle Regeln stimmen nicht und das mit der Lesbarkeit, das stimmt am meisten nicht und das kann man nicht mit einem Satz beantworten. Wir haben das Corporate Design vom Deutschen Bundestag gemacht, dann haben die uns ihren Vorzeigebehinderten vorgeführt, der hat dann, ja, der hat dann gesagt, er kann unsere Sachen nimmer lesen und da war Wahl, ja, und die Behindertenbeauftragte wollte das ganze Projekt zum Kippen bringen, weil dann hätte sie irgendwie was ganz Tolles gemacht, mein Vater war schwerstbehindert, das gehört nicht zur Sache, aber das ist natürlich meine Keule, mit der er dann zurückschlagen hat, von euch lasse ich mir gar nichts erzählen, mein Vater wäre froh gewesen, wenn er eure Behinderung hätte, ja, dann sind die erstmal still, ja. Das ist, das ist, das ist, das ist natürlich gemein, aber die, die, die arbeiten ja mit den gleichen Methoden, so, dann mussten wir da riesen Test machen, ich habe mit Leuten von der Charité gesprochen, mit dem Behindertenverband in Berlin und habe mich mit denen echt auseinandergesetzt, ich habe die alle besucht und mit denen diskutiert, die behaupten ja, dass man eine Serifenlose besser lesen kann, ah, Sehbehinderte wie eine Serifenschrift, das ist für einen Sehbehinderten im großen Maße richtig, dann habe ich denen ja aber einen Ausdruck gezeigt, immer gleich Text, Bauhaus, habe gesagt, guck mal, Serifenlose Schrift, super, oder? Die mussten diese These von ihrer Website nehmen und diesen Behindertenbundestag haben wir ganz böse ausgetrickst, leider war das nicht einmal Idee, es war ein Versehen von mir, es wäre viel besser gewesen, ich wäre so cool gewesen, wenn ich es mit Absicht gemacht hätte. Ich habe nämlich den neuen Test, also einen Ausdruck, so einen Blindtext, von der neuen Schrift hingelegt, aber es war aus Versehen die alte und er hat gesagt, kann ich nicht lesen und dann den Neuen hat gesagt, kann ich gut lesen, war aber gerade anders, rum. Und damit war das natürlich erledigt, was aber auch zeigt, dass die Leute natürlich auch diese Brille haben, wenn ihr irgendwas euch am Computer immer in Helvetica einstellt, könnt ihr in Helvetica besser lesen. Ich habe jetzt eine Diplomarbeit gemacht über Lesbarkeit von Schrift, Jan Fielig heißt das Student, der hat festgestellt, dass ganz viele Forschungsergebnisse uralt sind, nicht stimmt, dass die voneinander abgeschrieben haben und ein ganz berühmtes Forschungsergebnis, der hat alles erfunden. Das ist unglaublich, also das meiste stimmt da nicht. Wir machen Teste, aber für uns zählt immer die Schönheit. Ich glaube an die Schönheit und wenn was schön ist, will man es auch lieber lesen. Also dann würde ich jetzt deinen Vortrag schließen mit den schönen Worten, Schönheit schützt vor Plagiat. Nein, tut es nicht. Es wäre jetzt aber schön gewesen. Ganz, ganz lieben Dank.